Ein saniertes Sechszimmermehr-Familienhaus steht hier zum Verkauf. Es befindet sich in Krefeld in Rathliebruch. Das Haus ist stufenlos zugänglich. Das im Jahr 1910 erbaute Zwei-Etagen-Haus wurde 2011 saniert. Das Gebäude ist barrierefrei zugänglich. Das Objekt verfügt über eine Einliegerwohnung und einen Carport-Stellplatz. Es hat drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 745 Quadratmetern weist die Immobilie eine Wohnfläche von ca. 250 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 498.000 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.